Ich bin ein incognito da. Wird interessant, wenn wir nicht wissen, wie wir rausgekommen haben, ob wir eine Uhr oder nicht. Das heißt, wir wissen, wir sehen das gar nicht? Nein. Was sehen wir gar nicht? Ob wir ein Impostor, wo wir rausgekommen haben, oder nicht? Ich will nicht grüß mich. Hä? Du fährst nur, ob es dann gegangen ist oder nicht, quasi. Genau. Ja, okay, schon wieder der Scheißer. Schön sprechen, Eva. Sorry. Also, jetzt sieht man nicht mehr bei der Dusk, ob das wirklich der macht oder nicht, gell? Mhm. Ja. Kuch? Ja. Ja. Kuch? Wo? Bei der Cafeteria ist der Thomas gelegen. Oben, wo es das im Müll aussehen hat, quasi. Okay. Ja. 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 Da oben ist in dem, ähm, linksraum, ganz vorn vom Raumschiff liegen. Navigation. 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 Navigation, ja. Hm. Der Dead Terror war bei der Medbay, der war bei der Medizinstation. Irgend so was. Bei mir ist er vor Beigrennen. Ist der ÖZI bei mir vor Beigrennen? Ja, wann war der Dead Terror bei der Medbay? Wo warst du, ehrlich? Ja, ich hab aufkommen gemacht. Ich hab zuerst... Wo warst du? In Kanister. In Kanister auffüllen. Achso, in der Stora. Stefan ist da wieder so ruhig. Ich bin in der Cafeteria gekommen, von der Reaktor-Wicker. Ah, Stefan war in der Cafeteria. Ja, wenn er von der Reaktor-Kammer. Ich war auf ganz anderen Seiten. Ja, aber du warst Cafeteria. Ja, da sind wir auf... Genau. Also... Da war die von der Medbay gerade rausgekommen, das stimmt. Der ist wirklich von der Verlängsgekommen. Bei der Medbay vorbeigehen, ja. Aber nicht gerade von der Medbay raus. Der Thomas ist tot. Ja, ich bin... Warum nicht? Stefan, Daniel. Ich bin im Daniel. Ich bin im Daniel. Daniel. Daniel ist... Daniel. Daniel habe ich gar nicht gesehen. Benko? Benko? Er hört... Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann euch nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen. Da sind sie... Da sind sie... Da sind sie sehen. Da sind sie sehen. Ja. Ja. Jetzt geht es mal. Ja. Ja. Ja, hat sie mir nicht rausgekommen. Ja. Ja. Viel Spaß mit den zwei. Ja, ja. Ja. Storage ist ein Leichengling. Also... Wo? Heili. Ist ein Storage-Gling. Ja. Ich wollte gerade zum Admin wegen einem O2 von... Da unten an mich gewinnt. Da unten ist du jetzt. Ich habe es auch gesehen. Ich bin von der Medbay gerade zum Admin geredet um das O2 zu auflösen. Ich habe es unten gerade aufgelöst. Ich bin im Electrical. Ich habe zwei Tasks erfüllt und bin dann Richtung Navigation geredet. Du hast es geäußt. Ja. Ja. Du hast es eh geäußt. Ja, da unten vorbei. Da habe ich nichts gesehen. Ja, unten durch. Ja, unten durch. Ja, aber von wo hast du jetzt gewusst, dass du unten rein hast gemessen, damit du das nicht siehst? Das heißt, das hätten wir gesehen. Und nichts sehe ich. Dann habe ich nichts gesehen. Der Stefan hat nie gesagt, ob es oberhalb oder unterhalb gelegen ist. Ja. Ich kann es auch so, dass ich unterhalb von Storage-Camp bin und da habe ich nichts gesehen. Oberhalb. Ich habe es nämlich auch gesehen. Oberhalb. Ah, Flo ist schon ein wenig verdächtigt. Oh nein, der ÖC. Was ist mit dir? Der ist unverdächtigt. Das ist nichts Neues. Du verdächtigst mir immer, auch wenn ich es nicht bin. Also was soll ich. Halt sie! Ich bin für Flo. Keine Ahnung. Es war schon verdächtig. Mann, du sagst du. Bye-bye, Flo. Hallo. Willst du schon sehen, was du da behauptest? Oh. Wo ist es gering? Der Pico. Der Pico ist mir gerade entgegengekommen von dort, wo ich es gefunden habe. Neben dem U2 Raum. Neben dem U2 Raum. Wo war denn da vielleicht was? Der Pico ist mir vorbeigrennt gerade. Ja, du bist voll bei dem vorbeigrennt. Wie entgegen. Nein. Da war nichts. Da war nichts. Da war nichts. Du bist ein normaler. Ich bin normal. Ja. Ja. Normal anders. Wie war es jetzt? Der Pico. Der Pico? Der Pico? Der Pico. Der Pico. Der Daniel, ja. Ich hab ja gesagt, dass ich es nicht war, verdammt. Der Patrick, ey. Vielen Dank.